Das Besondere an der Fakultät Landwirtschaft, an dem Standort Triesdorf ist, dass sie in der Mitte eines Versuchsbetriebs liegt. Die Feldversuche sind die Basis für eine praxisorientierte Lehre. Studierende, die sich hier bewerben, können sehr gute Studienbedingungen und einen hohen Praxisbezug erwarten. Ja, wenn ich hier in den Stall reinkomme, das ist sofort vertraut. Durch diese räumliche Nähe zwischen Wohnort und Studienplatz entwickelt sich einfach so eine ganz andere Atmosphäre auch zwischen den Studierenden. Es ist einfach stark, weil man dieses Miteinander hat und weil es sehr familiär ist, weil man schnell Leute kennenlernt und schnell Freundschaften schließt. Das ist schon geil. Bärige Sache. Das Besondere an meiner Fakultät ist das Innovative. Wir versuchen gesellschaftliche Strömungen aufzunehmen und diese in den Studieninhalten zu verpacken. Man hat einen theoretischen Teil, da schaut man sich die Moleküle an. Dann geht man mit dem erlernten theoretischen Wissen ins Labor und vertieft sozusagen das theoretisch Erlernte in praktischen Versuchen. Der Bezug zu den Produkten und zum Lebensmittel selbst ist hier ganz groß im Mittelpunkt. Wir haben einfach diese Landwirtschaft direkt vor uns. Wir sehen die Produkte, wir sehen, was in der Landwirtschaft passiert. Wir sind ganz viel im Haushaltstechnik-Labor oder auch in der Chemie und das ist schon sehr cool, wenn man da die ganzen neuen Technologien nutzen kann und immer weiß, man ist auf dem neuen Stand der Technik. Jeder, der Spaß an der Produktion von Lebensmitteln hat, sollte hier studieren.